Halleluja, Jesus Christus ist der Herr und Jesus Christus ist in unserer Mitte und Jesus Christus ist in unserer Herzen und er regiert, gelobet sei der Name des Herrn. Ich freue mich so, dass ich heute mit euch Gemeinschaft haben darf. Ich freue mich, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist und ich freue mich, dass das Wort heute im Segen des Herrn wird sein. Ich habe genannt die Predigt Kraft der Liebe Gottes. Ein einfaches Thema, aber sehr wichtig, auch für mich persönlich. Wenn wir lesen, 1. Johannes 4. Kapitel 16. Vers, da steht jetzt geschrieben, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe, unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Halleluja. Johannes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, schaut in die Geheimnisse des Himmels hinein, schaut hinein in das, was abläuft in der geistlichen Welt. Und weiß ganz genau, wie wichtig für uns Kinder Gottes ist und bleibt, eine bestimmte Gewissheit in Herzen zu tragen. Denn aus der Gewissheit fallen wir oder fliegen wir auf wie Adler. Und so sagt er, es gibt dann noch eine Gewissheit. Und nämlich, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Halleluja. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Gelobet sei der Name des Herrn. Kannst du das jetzt so verspüren, dass tatsächlich Gott liebt dich? Gott liebt dich. Halleluja. Wunderbar. Und was sagt Johannes? Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Er sagt nicht, ich habe diese Liebe. Er sagt, wir haben. Er hat sich berufen auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Auf das, dass durch das Werk Jesu Christi etwas in uns hineingepflanzt ist durch die Geburt. Dadurch, dass wir neu geboren sind, ist etwas hineingepflanzt in uns. Und das lebt in uns. Und darum sagt er, wir haben erkannt, wir haben es erkannt. Es liegt in uns, dieses Wissen durch die Neugeburt. Und das ist wichtig, meine Brüder und Schwestern, dass wir können sehen, dass wir vom Himmel bekommen haben. Dadurch, dass wir neue Schöpfung sind, haben wir Erkenntnis bekommen. Es gibt Erkenntnis, die wir durch Geburt bekommen haben. Es gibt Erkenntnis, wo Jesus hat gesagt, erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber diese Wahrheit haben wir in uns. Wir haben erkannt. Es lebt in uns. Es lebt in uns. Gott liebt uns. Halleluja. Halleluja. Freust du dich? Freust du dich? Gott liebt uns. Und wir haben Vertrauen geschenkt. Wir vertrauen dieser Liebe. Sie ist treu, diese Liebe. Diese Liebe wirkt. Sie versagt nie. Das ist die Liebe des Vaters zu seinen geborenen Kindern. Und dann kommt diese starke Aussage, die mich begeistert. Eine. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Die Frage, die ich jetzt möchte dir persönlich stellen, ist diese Überzeugung, oder hast du diese Liebe Gottes Überzeugung geschenkt? Ist diese Überzeugung bei dir, dass Gott lebt in dir? Warum lebt er? Weil er ist Liebe. Und diese Liebe, diese Liebe ist in dir drin. Und wenn wir uns dieser Liebe widmen, dann auf einmal ist Gott in uns. Halleluja. Können wir alle gemeinsam voller Überzeugung sagen, Gott ist in mir. Gott ist in mir. Und jetzt noch einmal voller Freude, aber bitte alle, ja. Gott ist in mir. Halleluja. Warum ist er in mir? Weil er Liebe ist. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, in mein Herz, durch den Heiligen Geist. Und wir haben diese Liebe. Halleluja. Und dafür sollen wir danken. Da sollen wir uns freuen. Da sollen wir leben in dieser Liebe. Denn, meine Brüder und Schwester, Gott ist Liebe. Und da, wo er ist, da ist immer auch. Sind die Gedanken der Liebe, sind Worte der Liebe. Er ist am Wirken. Und dann sagt er, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und jetzt nicht nur, meine Brüder und Schwester, dass Gott in uns lebt, sondern diese tiefe Überzeugung ist in uns drin. Nicht muss in uns drin sein, sondern ist in uns drin. Dass wir sind in Gott. Neutestamentlich, wenn wir hineinschauen, lehrt Apostel Paulus und sagt, dass wir sollen Christus anziehen. Christus anziehen. Und als Kinder Gottes, die da gestorben sind und auferstanden sind, sie haben Christus, Jesus angezogen. Gelobet sei der Name des Herrn. Wer von euch hat überzeugt, dass er Christus hat angezogen? Halleluja. Warum ist das notwendig? Damit wir in dieser Überzeugung auch wandeln können, dass nicht nur Gott in uns ist, sondern dass wir in Gott auch drin sind, weil die Liebe in uns ist. Gelobet sei der Name des Herrn. Es ist wichtig. Es ist wichtig zu sehen, dass das, was Jesus auf Golgatha vollbracht hat, das, was er bezahlt hat, dass es wirkt. Das ist keine Theorie, sondern das ist Leben. Das ist Leben in dir und in mir. Und wir können auf dieser Erde in der Liebe wandeln, weil da drin ist die Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und da drin ist Gott. Und weil wir in der Liebe leben, sind wir in Gott. Und jetzt kannst du dieses Gefühl der Freude spüren. Du bist in Gott. Und jetzt stelle ich euren Glauben auf die Probe. Nämlich, dass wir bekennen, dass es tatsächlich die Wahrheit ist, dass wir sind in Gott. Können wir alle gemeinsam voller Freude und Überzeugung sagen, ich bin in Gott. Ich bin in Gott. Und können wir das jetzt mit Freude noch einmal sagen? Ich bin in Gott. Das ist ein triumphierendes Leben, weil wir sind in Gott, weil die Liebe ist in uns, hat er uns fähig gemacht, hat er uns fähig gemacht, dass wir können aus der Liebe gehorsam in sein und sein Wille erfüllen. Wenn wir in Lukas 10. Kapitel 27. Vers reinschauen, da steht es geschrieben, Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen. Wer von euch hat ein Herz? Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele. Wer von euch hat eine Seele? 30 Prozent. Und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und dem Nächsten wie dich selbst. Hier stellt Jesus ein Wort. Er sagt nicht, wenn du fähig bist, wenn du eines Tages dich entscheidest, wenn eines Tages dir zumute wird sein, dann liebe deinen Gott. Nein. Weil wir fähig geworden sind, weil die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist und wir kennen, darum sagt er, du sollst, das ist das, was uns Richtung gibt, du sollst lieben mit allem, was du hast. Das ist das, was durch dich wirken kann. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht etwas machen. Du sollst nur geben, die Möglichkeit der Liebe, den Gott, der in dir lebt, zu wirken, indem du den anderen liebst. Und das Erste mit deinem Verstand. Mit deinem Verstand, dass die Gedanken immer da drin voll überzeugend sind. ich lebe in Liebe. Ich liebe meinen Gott. Mit meiner Kraft liebe ich ihn. Ich liebe ihn mit der ganzen Seele. Ich liebe ihn mit der ganzen Kraft, die ich habe. Ich liebe ihn mit allem, was ich habe. Diese Überzeugung in deinen Gedanken ist so wichtig, damit wir auf dieser Erde können hervorbringen oder erlauben, den Heiligen Geist das hervorbringen, was in uns drin ist. In uns ist die Liebe drin und sie will sich entfalten durch dein Leben, durch deine Worte. Die Liebe will sich entfalten durch deine Taten. Und darum hat Jesus volle Überzeugung gesagt, du sollst. Das ist deine Aufgabe, weil die Liebe will sich offenbaren durch dein Leben. In Johannes 13. Kapitel 34. Vers lesen wir Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Jesus Christus auf dieser Erde, als er war, er wusste wie jeder Mensch oder die Leute, die um ihn herum waren, die da gehörten zum Bund Gottes, er wusste wie schwach sie sind. Er wusste wie von Zeit zu Zeit sie unfähig sind. Und trotzdem, trotzdem spricht er auf einmal und seine Worte sind Geist und Leben und er spricht und sagt ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Warum? Sollte man nicht auf die Schwachheit eingehen? Sollte man nicht Verständnis aufbringen auf die Schwachheit? Er sagt, nein, nein, weil tatsächlich Gott ist in uns durch die Liebe und diese Liebe will wirken und darum sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Das ist etwas Neues, was ich als Christus euch gebe. Und das ist und bleibt liebt einander. Er hat angesprochen die schwierigste Seite des Lebens auf dieser Erde. Jeder von uns hat gesammelt Erfahrung, wie schwer es ist, einander zu lieben. Wie nicht einfach es ist, einander zu lieben. Wie gerne wir uns zurück ziehen, wenn der nahestehende zu problematisch ist. Und weil das so ist und weil wir leben in unserem Geiste, unseren inneren Menschen, lebt die Liebe und sie will sich entfalten durch uns. Darum sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Da gibt es keine Auswahl, da gibt es keine andere Möglichkeit, nur eine Möglichkeit, der göttliche Kraft erlauben zu wirken aus den inneren Menschen. Und darum ist dieses Gebot mir und dir gegeben, damit wir richtig wachsen, richtig uns entfalten und verändern die Umgebung um uns herum in das Göttliche, in das, was Liebe genannt wird. Du hast eine große Aufgabe, in dir wachsen zu lassen, um gehorsam zu sein in dem neuen Gebot, wo Jesus gegeben hat. Und ich möchte euch ermutigen, geht mit diesem Gebot sehr vorsichtig um. Lasst dieses Gebot nicht links liegen. Es ist notwendig, ich bin hier, es ist notwendig, dass wir auf dieser Erde genau wissen, nur wenn wir in diesem Gebot leben, auf einmal verändert sich alles in unserer Umgebung. Auf einmal wirkt die Herrlichkeit Gottes. Auf einmal, meine Brüder und Schwestern, sehen wir, weil wir lieben, sehen wir alles ganz anders. Unsere Sicht verändert sich. Wenn wir uns konzentrieren in der Liebe zu leben, dann ändern sich auch unsere Augen ändern sich unsere Gedanken. Das ganze Leben wird auf einmal anders, weil wir in dem Bereich der Liebe sind. Und der Bereich der Liebe ist ein ganz anderer Bereich wie der Bereich der Aufgaben, wie der Bereich der Fürsorge, egal, wichtig ist, dass wir uns bewegen in diesem Bereich der Liebe. und da sagt Jesus etwas ganz Starkes. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das lenken. Liebt einander genauso wie ich euch geliebt habe. Was für ein Vertrauen an uns. Was für ein Vertrauen, dass wir können das machen. Er sagt genauso wie ich. Warum? Weil er weiß ganz genau, wenn wir haben den Heiligen Geist, dann macht er uns fähig. Er ist unsere Kraft. Wenn wir haben den Heiligen Geist, dann macht er uns fähig, dass wir können genauso lieben wie Jesus Christus geliebt hat. Halleluja! Halleluja! Glaubt mir, meine Brüder und Schwestern, dass der, der in uns drin ist, ist so fähig. Und wenn wir erlauben, ihm sich zu entfalten durch uns, auf einmal leben wir im ganz anderen Bereich. Auf einmal leben wir im Reiche Gottes. Und das Reich Gottes ist Friede. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das kommt zustande, weil er hat uns gesagt, dass er genauso lieben soll, wie er uns geliebt hat. Halleluja. Wer von euch möchte immer im Reichen Gottes leben? Halleluja. Und wer von euch freut sich, dass er schon ist im Reichen Gottes? Wunderbar. Halleluja. Wir gehen weiter. Römer 5. Kapitel 5. Vers. Habe ich zwar zitiert, aber ich lese es noch einmal. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer von euch freut sich, dass er hat den Heiligen Geist? Wunderbar. Und wer von euch ist überzeugt, dass durch den Heiligen Geist, dass er nie versagt, dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen? Wunderbar. Es ist ausgegossen. es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, sie lebt in uns, gelobet sei der Name des Herrn. Und darum wollen wir in dieser Liebe leben, wollen wir triumphieren, denken, wir wollen handeln, wir wollen uns voll hingeben, wollen vertrauen. am Ende werden die gewinnen, die da lieben. Am Ende sind sie die Sieger, die da lieben. Epheser, dritte Kapitel, siebzehnte Vers. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurer Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus schaut in die Gemeinde hinein. Er schaut und sieht, dass in der Gemeinde tatsächlich verschiedene geistliche Wachstumsstufen es gibt. Da kommen in die Gemeinde Babys hinein, da kommen in die Gemeinde Kleinkinder hinein, da kommen Jugendliche hinein. Jeder verschieden ist erwachsen in Christus Jesus. Und dann schaut er und er möchte, er möchte, dass die Gemeinde vollkommen stehen soll. Und darum sagt er, es ist mein Gebet Christus aufgrund des Glaubens. Aufgrund des Glaubens. durch den Glauben in euch lebt. Wenn wir uns konzentrieren nur auf Taten, dann haben wir Seiten, wo wir angegriffen werden und auf einmal versagen wir. Wenn wir uns aber in Glauben ausstrecken, dann sind wir tief überzeugt, dass die Liebe ist in uns. Und jetzt und jetzt sagt er, dass diese Liebe soll verwurzelt werden. Könnt ihr nächste Folie machen? Verwurzelt. Ich habe es aufgeschrieben. Verwurzelt ist ein Wort, das die Vorstellung von Stabilität, Verbindung zur Erde und tiefen Wurzeln hervorruft. Paulus sagt, ich möchte, dass die Liebe so tief verwurzelt werden soll. Das ist ein Prozess, dass sie nicht nur dann am Wirken ist, wenn du sitzt in der Predigt, nicht nur dann, wenn du Horus hörst oder Lobpreis bist, nicht nur dann, wenn du die Bibel liest, nein, sie soll verwurzelt werden, sie soll Tag und Nacht da runter, 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 da gibt es kein Ende, verwurzelt soll sie sein. Und dann nimmt er das andere Wort, das auch sehr wichtig ist, das Fundament, ein Wort, das die Basis, den Grundstein und die Stabilität symbolisiert. Es ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Und das sollte auch für mich und für dich zu sein, weil er hat es ausgesprochen, dass wir sollen in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet sein. Nimm bitte die Liebe als dein Fundament. Nimm bitte die Liebe als dein Fundament, dass alles im Denken, dass alles in Handeln, dass alles mit Worten, was wir machen, soll aus diesem Fundament rauskommen und nämlich, dass Gott ist in mir, die Liebe ist in mir und alles, was aus meinem Munde rauskommt, ist Liebe zur Ehre Gottes. Wer von euch glaubt, dass überhaupt so etwas möglich ist? Meine Brüder und Schwestern, wir haben einen Gott, der Wunder vollbringt und das, was auf Golgatha vollbracht wurde, ist ein Wunder Gottes. ist ein Wunder Gottes und darum möchte ich, dass wir an dieses Wunder glauben und aus Glauben, aus Glauben, dass wir so handeln, so reden, so denken und nicht erlauben, anderen Gedanken sich einnisten in unseren Köpfen. Epheser, dritte Kapitel, neunzehnte Vers. Ich rede heute viel über die Liebe. Ich möchte, dass die Liebe wieder entfachtet wird in eurem Herzen, dass wir sehen, wir sind Personen der Liebe. Epheser, dritte Kapitel, neunzehnte Vers, da steht geschrieben, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles verstehen hinaus reicht und und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das bei Gott zu finden ist. Apostel Paulus betet für die Gemeinde und er sieht, dass das Verständnis der Liebe so stark fehlt bei bestimmten Wachstumsstufen. Er sieht, wie notwendig und darum betet er, meine Brüder und Schwester, diese Praxis im Leben zu entwickeln, dass wir füreinander beten, wenn wir sehen, dass die Entwicklung von einem oder dem anderen im Bereich der Liebe nicht so ist, ist so wichtig für uns, dass wir nicht richten, sondern beten, dass das Verständnis und die Verwurzelung in der Liebe soll stattfinden. Und so betet auch Paulus, dass sie sollen verstehen und dann sagt er, dass er mehr und mehr durch die Liebe zur ganzen Fülle des Lebens kommt. Das, was wir haben in Christus Jesus oder mit anderen Worten, das Leben Christi in uns. Es ist wunderbar. Wir haben, nein, ich gehe mal von der anderen Seite. Jesus sprach eines Tages und hat gesprochen zu den Leuten, hat gesagt, ich bin gekommen, zu denen, ich bin gekommen, dass ihr sollt Leben haben und Überfluss haben. Zu wem sprach Jesus? Er sprach zu denen, die da Leben hatten. wir hatten Leben. Aber er sagt er, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben. Das Neue Testament spricht von Leben in Christus, von Christi Leben in uns. Und darum ist es so wichtig, wenn ich dieses hier lese, ist so wichtig zu verstehen, dass das Leben, wo wir von den Eltern oder durch die Eltern bekommen haben, ist wunderbar. Es ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Aber da gibt es noch Leben Christi, das durch die Neugeburt in uns hineinkommt. Und das nennt hier Apostel Paulus sagt, dass ihr zu der ganzen Fülle des Lebens kommt. Halleluja. Zu der ganzen Fülle des Lebens. Es gibt viel mehr im Leben nur wie das, was wir haben aus der Natur. und ich freue mich von ganzem Herzen. Paulus wusste die Tiefe, die Tiefe, dass durch die Liebe öffnet sich das Leben Christi noch mehr. Und da gibt es Bereiche, von denen wir keine Ahnung haben. Weil Wort Fülle ist Wort Fülle. Fülle ist Fülle. Und darum möchte ich euch ermutigen, mehr und mehr hineingraben sich hinein, mit Wurzeln hinein wachsen, dass das Leben Christi sich offenbart und dass wir können sehen, dass wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir gehören zu denen, die neu geboren sind und haben Gott in sich und sind in Gott drin. Gelobet sei der Name Jesu und alle sagen Halleluja Halleluja Es ist wichtig, dass wir diese Liebe schätzen. Im ersten Karintheren, 13. Kapitel, ich habe nur ein Vers genommen, ihr kennt die 13. Kapitel wahrscheinlich auswendig, aber ein Vers. Da schreibt Apostel Paulus, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als drohnender Gong oder eine lärmende Pauke. Die Erfahrung haben wir alles gesammelt. Ich habe diesen Vers genommen, um zu sehen, auch Apostel Paulus hat die Taten, wo wir auf dieser Erde im Namen Christi vollbringen, verglichen mit der Wichtigkeit der Liebe. Und er sagt, dass die Wichtigkeit der Liebe steht über alles, was wir machen auf dieser Erde. Über alle Gaben, die wir haben auf dieser Erde steht die Liebe. Wenn ich in Sprachen rede, wenn ich Wunder vollbringe, wenn ich mein Leib gebe, wenn alles vollbracht wird, aber nicht aus Liebe das mache und nicht die Liebe habe, bin ich nichts. Dieses Wort wollte ich nur, dass wir sehen, dass wir sehen, wie wichtig in Augen Gottes ist, dass der Gott der Liebe oder die Liebe, die Gott ist, dass sie in uns leben und bestimmen unseres Denken, bestimmen unsere Worte, bestimmen alle unsere Handlungen auf dieser Erde. Können wir zu diesem Ergebnis kommen, dass wir sagen, und alles, was ich mache, mit Wort oder Tat will ich machen, den Namen Jesu, aus der Liebe meines Herzens. Können wir das so sagen? Lange Satz, aber ich will das mal noch mal wiederholen. Und alles, was ich mache, mit Wort oder Tat, in den Namen Jesu, mache ich zu Ehre Gottes und aus der Liebe. Halleluja! Ich möchte, dass wir heute von diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin erfüllt mit der Liebe. meine Zukunft ist gesegnet, weil ich werde nur aus Liebe handeln auf dieser Erde. Auch wenn ich ausgelacht werde. Es gibt Theorien, die da auslachen. Es gibt Überzeugungen, die da auslachen. Nur wenn du hineinschaust, wenn du hineinschaust in das Wort Gottes, dann wirst du sehen, am Ende wird der klug sein, der auf dieser Erde aus Liebe alles gemacht hat. Durch die Liebe alles gemacht hat. Aber wir wollen noch weiter gehen. Erste Korinther 16. Kapitel Verse 13 und 14. Seid wachsam. Wer von euch meint, er ist auch gemeint, dass er wachsam soll sein? Darf ich mal die Hände sagen? Seid wachsam. Steht fest im Glauben. Zeigt euch mannhaft und stark. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ich lese es noch einmal, damit es tief ins Herz reinkommt. Seid wachsam. Das Wort spricht zu den Erfüllten im Heiligen Geist. Das Wort spricht zu denen, die geführt werden durch den Heiligen Geist auf dieser Erde, die tatsächlich nicht schlafen, sondern immer, immer wachsam sind. Und da sagt uns das Wort, seid wachsam, steht fest im Glauben, in dieser Überzeugung. Christus ist in mir die Herrlichkeit. Christus wirkt durch mich, durch den Heiligen Geist. Diese Überzeugung des Glaubens soll nie von uns weichen, weil wir sehen, wachsam, Halleluja. Gelobet sei der Name des Herrn. Und dann sagt Apostel Paulus, alles was er tut, und ich möchte hier noch dazu sagen, mit Wort oder Tat, alles was er tut soll von der Liebe bestimmt sein. Warum sagt Paulus, alles was er tut, soll von der Vernunft bestimmt sein. Alles was er tut, soll von Wissen bestimmt sein. Mit dem will ich nicht ablegen die Vernunft oder Wissen Erkenntnis. Ich will zeigen, dass Paulus erhebt die Handlungen der Liebe. Und er sagt, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Nicht immer, meine Brüder und Schwestern, gewinnt man, wenn man aus Liebe was macht. Von Zeit zu Zeit ist es für etliche auch unbegreiflich. Es kann auch falsch ausgelegt werden, aber am Ende, wer aus Liebe handelt, der gewinnt am Ende. Warum? Weil die Quelle ist in uns drin. Weil in uns ist Gott drin. Und Gott ist die Liebe. und unsere Worte bestimmt nicht die Vernunft, sondern die Liebe. Und wenn wir in unserem Leben aus Liebe reden, aus der innere Einstellung, dann werden die Missverständnisse entstehen, schnell zur Seite geräumt, weil wir aus Liebe reden. Und ich komme zu meiner letzten Schriftstelle. Erste Thessalonicher 3. Kapitel 12. Vers. Wer von euch ist schon müde zu hören? Okay. Ich habe ein Nein gehört. Erste Thessalonicher 3. 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe. Nicht nur normales Leben in der Liebe, sondern überströmend werden. Wer von euch möchte überströmend werden in der Liebe, überströmend werden in der Liebe. Ich freue mich, ich auch. Dieses Reichtum, das Verlangen meines Herzens, das ist ein Reichtum. Wenn wir in unserem Leben überströmend werden, dann ändert sich alles. Da ändert sich unsere Sicht, da ändert sich alles. Auf einmal bekommt alles einen Sinn. Auf einmal kannst du auf dieser Erde rumgehen und du freust dich alles, was du siehst und du freust dich, dass du mit deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde zusammen bist und du hast die beste Gemeinde und du hast die beste Familie und du hast das Beste. Warum? Weil die Liebe verändert die Sicht in allen Bereichen. Sie macht uns reich. Und Jesus hat gesagt, du das noch einmal wiederholen. Ich bin gekommen, dass wir Leben haben und Überfluss haben. Nicht nur, dass es reicht, sondern auch Überfluss. Jesus ist gut. Amen. Jesus möchte durch dich wirken. Jesus liebt dich. Hast du das gewusst? Halleluja! Ich komme zu Ende und ich möchte, dass wir jetzt in ein Danke bet hineingehen. dass wir wollen den Herren danken, dass wir auf dieser Erde ein Los haben durch das Opfer Jesu. Man kann sich erfreuen. Wir haben Gnade bekommen. Wir haben Gnade auf dieser Erde bekommen. Und ich möchte ein Dank gebeten. Und während wir ein Dank gebeten werden sein, alle die möchten, dass ab heute ihr Leben soll bestimmt werden von Liebe. Die Entscheidung, die ihr getroffen habt und ihr möchtet, dass ich für euch bete, kommt dann während des Dank Gebets nach vorne. Ich werde für alle die beten, die die Entscheidung getroffen haben, ab heute will ich leben, nur in der Liebe und durch die Liebe. Ich glaube an die Wunder Gottes. Wenn du nach vorne kommst, ist es eine Handlung des Glaubens. Dadurch, dass du gehst, handelst du im Glauben und Gott gibt Antworten auf den Glauben, wo du in deinem Herzen hast. Okay, ich bitte euch aufzustehen zu ein Dankgebet. Erhebe deine Hände, erhebe deine Stimme. Wir sind nicht auf einem Friedhof, wir sind in die Gemeinde der Lebendige. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, ich lobe dich und gebe dir die Ehre. Vater, von ganzem Herzen preisen wir dich, von ganzem Herzen loben wir dich und danke, dass du uns diese Gnade geöffnet hast, dass wir dürfen, dass wir dürfen in dieser Fähigkeit leben, dass wir dürfen lieben, dass wir dürfen lieben mit unserem Verstand, mit unserem Denken, mit unserer Seele, mit allem. Jesus, danke, 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 danke. Ich preise dich, ich lobe dich und gebe dir die Ehre. Wir als Gemeinde, wir sagen, wir lieben dich, Jesus, wir lieben dich, Jesus, und danke, dass du dich wirst offenbaren unser Leben und dass wir werden zur Ehre Gottes jeden Tag leben. Wir preisen dich, wir loben dich und sagen, dein Wille wird sich offenbaren in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, deine wunderbare Wirkung ist da. Danke für alles. Und alle sagen, Amen, gelobet sei der Name des Herrn. Okay. Einer ist da. Dann bin ich nur für einen. Wunderbar. Vaterin Jesu Namen stehe ich in diesem Glauben und ich rufe aus dein Segen. Es ist die Entscheidung der Herzen. Du siehst die Entscheidung getroffen sind und ich weiß, du offenbarst dich in dein Herzen. Und ich bin tief überzeugt, dass du bist am Wirken, weil du Herzen kennst und du weißt alles, was da drin ist. Und dein Segen wird. Ich preise dich, ich lobe dich und danke dir von ganzem Herzen, dass jeder, der jetzt nach vorn heraus gekommen ist, Vater, er wird gehen und sein Leben wird verändert werden, weil er wird täglich im Sieg leben, in der Liebe leben, zu deiner Ehre. Wir sind eine Gemeinde, die dich liebt, wir sind eine Gemeinde, die dir treu ist, eine Gemeinde, die dir nachfolgt und ich bin überzeugt, dass deine Wirkung wird da sein in jedem Herzen. Danke und segnet euch in diesem Namen, der Herr sei mit euch, der Herr von wahren sich in eurem Leben und der Heilige Geist verherrliche Jesus in eurem Leben in diesem Namen und alle sagen Amen Halleluja